weiter 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 jaja neiiiiiii äh äh nein hier ist bloß Musik 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 Hallo und willkommen zurück zu 7Blogs Leute, jetzt die nächsten Folge und ich würde sagen wir sind alles gleich. Hallo Hörst du mich doppelt? Hörst du mich in Minecraft jetzt auch? Ja Ah gut Jetzt, jetzt. Sehr schön Ich dachte schon, die Krabbe wäre weg Gebraten Hihihi Nein Captain Chaos hat gesagt, er wird sie befreien kommen Oh, okay Er will sie abholen Also wir können ja gar nicht umziehen Wie weit soll ich da mit der Krabbe laufen? Oh nein Äh Das ist ein Fehler Ähm ja Hallo Krabbe Hallo Gehen sie mal ein Stück beiseite Ich will sie nicht rauslassen Ich glaube ich wird doch wieder nach Hause kommen Ich warte bis es wieder heller ist Das ist hier eine sehr große Monsterversammlung vor unserer Haustür Oh Scheiße Also gehe ich mal wieder rein und sortiere Hallo Hallo Bubu Ich bin auf dem Weg zu euch Noch Offsweam Ja ich Ich warte gerade erst wieder hell wird Und ich habe Und baue dann hier gleich das Lager ein bisschen aus Okay So lange bis ihr soweit seid Hier da vorne kannst du schon eine Kiste abbauen Ich habe euch schon ein bisschen vorbereitet Hier ist schon mal eine Steinkiste Die du dir schnappen kannst Die brauchst du später für einen Erfolg Eine Steinkiste Hi Riesen Ja ich habe Ich habe erst eine gemacht Und hier habe ich schon fleißig gebraten Und oben brät für euch Stein Für die Für Eure Quest Und oben In Ofen ist schon Smoothstone Hallo Bubu Weißt du was Ich habe hier in der Kiste ist schon Stein für euch gebraten Und Geil Oben in der Kiste Oben in Ofen ist schon Smoothstone Damit ihr das Die Sachen machen könnt Sehr schön Sehr schön Eisenblöcke Ja man kann sie anzünden Es müsste auch so ein Ein Anzündgerät sein Was man craften kann Nennt sich Feierzeug Nennt sich Feierzeug Das ist doch was anderes Ich mache doch was anderes Ja ja natürlich Ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Ding Der ist ja irgendwie klar Das ist so ähnlich wie bei den Pfadfindern Das gibt es doch auch so wenn man Lagerfeuer anzündet Blinten Storen ich mache jetzt erstmal so ok das Messer hatte ich wo habt ihr denn Stöcker drin? auch in der Holzkiste? äh ja den wurde ich hab so mittlerweile verbrannt wenn es Birkenstöcke waren ja welcher Bergbank war das jetzt? ich mach nur hoi die ganz normale also du gibst einen Crafting Bench oder Werkbank und dann gleich die erste da raufklicken und dann musst du aber auf die kleine Werkbank oben klicken da gibts so ein Menü zum durchklicken guckt euch diesen Erdbeerhut an ist das lecker ich will diesen Erdbeerhut ja in Flint Crafting Table wie du die richtige Werkbank in Flint Crafting Table machst da brauchst du Mealstone und die Stein Chess für ach komm also ich wollte ihnen zeigen wie man die Knochen Tools macht glaub ich das war äh jemand ist auf unserem Schiff ne au ach hab ich doch richtig gehört ja ja wer ist auf unserem Schiff jetzt keiner mehr ne hey wie kommt der rein hä also ich habe so das Gefühl auch also ich wurde eben ein Stück weggeschoben vielleicht haben wir hier Besuch unsichtbaren hallo Pam hallo ich heiß nicht Pam aber hallo hallo das ist nicht am Hut Bubu du musst den Hut ausziehen dann siehst du auch wieder hallo nein ja nur leidisch du würdest ja nur immer reinbeißen im Moment ich würde der wär schon den Ex weggefuttert also das Holz geht auch nicht nehm jetzt mal normales vielleicht kann ich ja normales da irgendwie bearbeiten hallo ich brauch doch nur Slaps und das Schlimme ist ja dass sie bunte Slaps haben wollen ach das geht wohlmäßigerweise liebe Leute ja ganz wichtig alle zuhören bitte bitte ja ja schöne grüße von meinen Shattern euch hallo grüße zurück äh äh so was muss ich jetzt machen Nina was muss ich jetzt machen 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 ich weiß ja nicht wie weit du bist ich bin hier oben achso ja was hast du denn gemacht ich muss jetzt nur noch äh kochen und äh Viecher vermehren gib mir was zu vermehren aber die Werkbank hast du was zu vermehren hab ich ne Werkbank ja meine steht da oben glaub ich und ich hab die irgendwann mal gecraftet Werkbank Flint Workbench Nein die richtige Werkbank End of Stone Age genau mach ich die auch da drin ach Gott die würde ich auch noch machen ja viel Spaß und ich mach dann hier was wir nehmen den netteren also wir dürfen wir jetzt alles benutzen außer die Bazooka die Bazooka ist Mia du das mal direkt wie war das denn jetzt was man konnte das jetzt ja ja Gott dann wir müssen jetzt keine Waffe wir müssen schwarzpulver haben ne sonst kann man gar keine Munition herstellen ha was wir brauchen schwarzpulver ich bin gemutet super ja das ist super toll das ist toll gemacht ja ich möchte mit den Z retten achso stimmt und dann habe ich mit euch gerettet aber ja aber aber ne hast du nicht weil war ich gemutet ja eben hast du nicht mit uns zu reden magst du uns nicht mehr Riken mach was sie mag uns nicht mehr nein wie ist denn ich komme ja biete warum ist hier Wasser was hast du gedacht weil äh Wasser oh ich habe Lava gefunden und eine komische Ananas die aussieht wie eine keine Ahnung was das ist so jetzt kann ich ja auch endlich nach Hause Häh Hilfe Creeper ich geh wieder zurück tschö ich bin da im Wasser aber irgendwie ertrink ich gleich äh du wenn du im Wasser bist hier links links rum ich ertrinkle ja dann geh doch wieder den einen Laden zurück wo du warst ich find's nicht mehr komm geradeaus weiter 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 jaaa jaaa mit der Scheibe äh 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 ja ich bin gestorben fest das ist ähm meine 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 ich bin gestorben ich weiss nicht mehr wie zurück hehehehe Junkerton ich wollte gerade Junkerton sagen aber nein Steampunk Steampunk ja K k k k k Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin so aufgeregt. So, und dann trade the paradise. Okay. Das ist neu. Und guck mal, das sieht hier aus, wenn hier... Oh, da ist sie mit. Oh, oh. Äh. Äh. Ich, 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 ich. Hallo? 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 Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ein Mensch? Ha, 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 kampffreie Zone. noch besser hat der Mann er ist ja nicht wahr dass es andere gibt also ich keine Ahnung also wir sind vor paar Wochen mal hier irgendwo aufgewacht und zufällig diese Ecke hier gefunden er echt schwierig gerade deswegen bisschen überfordert man kann die Hand mit anderen Leuten reden wie gesagt wir wussten nicht mehr dass es andere Leute gibt ja ich log mich mal kurz ein noch mal aus ich hab vorhin glaube ich auch jemand in der Wildnis noch geblinkt ich finde ich wer das war ok schwierig aber echt wunderschön ich dachte wir wären nicht die Einzigen das ist unfassbar ich hab mir auch gedacht ich bin auch ganz alleine unterwegs mhm ganz alleine ja so wie lange haben sie das jetzt äh äh gemacht ne hey was das ist selten das ist selten warte mal ich dachte jetzt wochen lang haben wir hier zu viert zu fünft also wir haben noch einen Kollegen aber der ist äh gerade unterwegs äh echt schwierig und wir dachten ich wir wären die Einzigsten und jetzt sehen wir noch ein anderes Weg ja ja ein weiteres lebende bitte das ist ich meine die sind schon hier gewesen anscheinend haben schon welche hier ein Dorf errichtet ein Dorf errichtet so was geht ja das scheint sehr groß zu sein in dieser Ort ja ich merk es unangenehme Wachen gibt es auch hier ja es gibt hier noch mehr was komische wilde Tiere und so gefunden und ganz viele komische Skelettmonster und so was alles alles recht schwierig weil die nervig ja und dann tut's auch oft oh oh fassbar ich geh jetzt zwischen den ganzen Kaka-Laden eieiei äh gibt's hier irgendetwas besonderes was man hier sehen sollte aber ich hab schon gar nicht wundern wundern die�리 m du das wir gehen nicht hier ich k ich ich entgegen jetzt people wir ebenso 4 St an wir geht's gut aber hier bleibt der Hut ab und hier bleiben wir um die wir gehen nicht mehr Prozent Ayer schön gemütlich ich denke ich denke ich bin doch auch ein wenn wir die Fangen aus der Hand nehmen würde es das auch besser Pupu, setz dich in unsere Mitte, da mach ich ein Foto. Okay, weiter. Ja, ein Foto! Da, neben unseren heißgeliebten Schweizer. Das gefällt mir, hier bleib ich. Ja, ich auch. Was hast du da? Weisst du, was ich hier in meinem Käfig drin hab? Den hab ich vom kleinen Endermann gekriegt. Sagen wir, Kaku-Karatscha, Kaku-Karatscha. Ja, da ist eine Kaka-Lacki. Ja! Ich hab quasi zumindest schon mal ein Haustier. Geil. Cool. Ja. Tschüss, kleiner Endermann. Ciao. Die ist voll lieb. Ja. Die war in der Höhle und hat mir den quasi gefangen. Mit Fombrero, mit Makaras und allem drum und dran. Oh, ist die lieb. Ja. Ich denke, wir suchen immer noch den Milchshake. Stimmt, richtig. Also, das Haus ist... Das ist schön, ne? Kann man hier Achterbahn fahren? Oh, das wär sch... Das wär voll, nein. Die sind kaputt, die Baum-Klemmtchen. Äh... Hallo, Huhn, geht's dir gut? Der ist geil! Das ist ein sogenanntes Schienhühnchen. Ah, die kenn ich noch gar nicht. Schön. Ja, ja. Das Schienenhühn. Ein Schienenhühnchen, genau. Ah, geil. Aber ich bin neugierig, was... Das ist ein Mien-Schacht. Warte, warte, hm. Ähm, wir sollten vorsichtig laufen, das sieht ziemlich tief aus hier. Ein sehr merkwürdig. Ja. Die Fackeln gefallen mir, die würde auch schön aussehen bei uns. Hast du die schönen Fackeln hier? Oh. Guck mal. Die sind hübsch. Oh, ja. Stimmt. Alter. Aber ob die in so ein modernes Boot wie bei uns reinpassen? Ich weiß nicht. Könntest du jetzt mal rausfinden, wie man die craftert? Ja. Ja, ja. Schiff. Irgendwie. Wie da irgendwo in einer anderen Ecke. Und dann dieses komische kaputte Haus. Da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Aber wo sind denn bitte unsere Möbel alle abgeblieben? Ah, ja, stimmt. Ne? Und unsere ganzen Wertsachen und alles. Ja, und die Container sind alle leer. Ich kann mich entsinnen, dass wir irgendwie mal losgefallen sind und die ganzen Container voll waren. Ja, und auch mit Essen. Ja, eben. Hm. Und vor allen Dingen, was ist mit Oschi passiert? Unserem Farmer. Ah, ja. Stimmt. Wo ist unser Farmer? Wir müssen denen seine Felder mal irgendwie abahnden und wieder neu anpflanzen. Oh, ja, stimmt. Ne? Sonst... Scheiße. Sind wir bald so gewochert. Ja. Plötzlich wächst es in unserem Schiff. Ich weiß ja auch nicht. Guck mal, hier sind Spinnenwegen überall dran. Oh. Hier war lange keiner mehr. Das ist unfassbar. Ja, das ist... Oh. Und hier zischt es so komisch. Hörst du das? Ja, ja, das ist ganz komisch, ja. Oder sind das die Dinger? Ne, das sind die Dinger, wenn man da dran rumklettert. Uh. Pass auf, dass das die zwei auf den Kopf fällt. Ne, lieber nicht. Gebt meinen Hut dann Endgültigkeit. Hahahaha. Wollen wir jetzt auch mal nach dem komischen Haus suchen? Oder wollen wir hier weiter in der Mino rumstreuen? Ah ja, das komische Haus. Stimmt. Ja. Riesen sucht doch nach irgendwie so einem komischen Haus. Mit Milchshake. Ah ja. Ich will auch Milchshake. Ja, ich auch. Ich hab Lust auf Milchshake. Ja, dann komm. Okay, wir gehen raus. Lauf nach oben. Wir haben genug gesehen. Wann trinken die nachher das Zeug ohne uns? Oh ja. Das wäre aber gemein, ne? Ich finde das immer so lustig, wenn hier die Schiene... Au. Ey. Wo kommt der denn her? Ja. Na, sag mal. Der ist aber frech. Alter, jetzt hab... Greif mich einfach von hinten an. Dankeschön. Das... Ich hab mich jetzt gerade voll erschluckt. Weisst du, was ich komisch finde? Was? Wenn man hier... Ähm, die Schienen runter läuft, dann rutscht man quasi runter, ne? Ja. Dann läuft ganz gerade runter. Und wenn man die hoch muss, läuft man Treppen. Oh, ich hab jetzt gerade ein verzaubertes Buch bekommen. Als Geschenk. Hey. Das ist ja cool. Oh oh. Oh. Ausserdem wollen die uns jetzt ja auch... Elefant ist tot. Elefanten droppen leider anscheinend nichts. Oh oh. Oh, das ist eine Kiste. Die droppen groß haben... Ne, kein Robis. Oh, das ist gut. Oh, ein, ein, ein... Dings. Auch ein Grable... Warte. Nimm mal die Pfähle brauchen wir auch für... Ja bitte, danke. Äh, das Eisen hab ich und die Änderungen auch. Ich hab ein... Ich hab Kängurufleisch. Ja, hab ich auch. Das ist gut. Alles mitnehmen. Ja, ihr macht da wieder Jung-Sachen. Nein! Nicht da runter springen. Nein, du kleine Bastard! Hehehehe. Probleme? Ja, nur mit einem... Einem Baby-Zombie gehabt. Oh! 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 Ha! Viel Spaß! Hilfe! Nein! Hör auf! Ich will nicht sterben! Hilf mir jemand! Nein! Wer hat mich runtergeworfen von... Hilfe! Ich bin gleich tot! Oh Gott! Oh, warum tust du das? Nein! Hör auf! Ich will nicht meine Sachen verliehen! Soll ich euch Wasser runterlassen? Soll ich euch Wasser runterlassen? Ja, das wäre super! Ja, die Zombies kommen! Läuft! Oh, die können alle... Oh! 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 Ich fühle mich nicht mehr über mich, ohne die Rarsten. Was du sagst, was du sagst, was du fühlst? Ich komme zurück, ich komme zurück, ich komme zurück, ich komme slowly. Was du sagst, was du sagst, was du fühlst? So baby, lass mich wissen, wie ich verloren habe. Oh nein, er... Vielleicht geht das. Oh, kriegst du... Was ist das da? Was ist denn? Oh shit, ich muss essen. Da ist irgendein Monster, was komisch aussieht, hinter mir. Das ist Raik. Was? Hier fährt! Alter! Weg hier! Oh Gott! Ich bin tot! Ja. Das ist ein Loch, Loch, Loch. Oh, eine Waffe. Oh, ein Loch, ja. Ich hab mal eine rostane Waffe. Ich hasse auch gefunden, das noch. Wo müssen wir lang? Ich hab's auch gemacht. das bringt uns Spaß ich habe ein Horn Hilfe Hilfe das Känkern hinter mir ja muss auch muss sein hast du recht hast du recht hast du recht er gedrückt halten der er ist wegschmeißt nach Hause zum Warpstone da wo die ganzen Monster sind ah ok cool haben ja sonst kein Hobbys nein keine Hobbys da ist gar nicht der Warpstone das sind Elefanten wo ist der Warpstone oh nein 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 nicht im Dorf da ist der Warpstone so seht ihr mich Nina wo ist Nina ich sehe keine Nina und wir haben Nina verloren hier wo schießt wo schießt wo schießt warte ich muss nachladen dann ich bin falsch ich bin falsch ich bin ruhig nicht zu schade schade Schokolade Juchuuu variati das ist bei mir Reiden variati ist geil so leute das war's von der heutigen folge wenn ihr gefallen hat daumen hoch lassen ab ich habe einen anderen vorbei link unten in der beschreibung sonst bis nächstes mal